Wenn ein Arzt so reagiert, lauf weg. Ich habe immer so starke Periodenbeschwerden. Gibt es etwas, was ich dagegen tun kann? Ja, wieso nehmen Sie nicht die Pille? Die Pille hat ja nicht ganz viele Nebenwirkungen. Nebenwirkungen sind ganz normal. Nehmen Sie einfach die Pille. Alles wird gut. Das machen so gut wie alle Frauen. Aber so viele Hormone können doch für meinen Körper gar nicht gut sein. Ich muss Sie auch gar nicht untersuchen oder so. Kaufen Sie das Rezept. Kommen Sie in einem Jahr wieder. Es gibt so viele unterschiedliche Verhütungsmethoden und nicht nur die Pille. Und die Pille hat ganz, ganz viele Nachteile. Aber mich schaut das total, dass viele Ärzte die Pille einfach verschreiben wie Tic Tacs und nicht auf den Patienten eingehen. Gerade wenn der Patient Bedenken äußert und vielleicht offen ist für eine...